Ja, dann herzlich willkommen zum RSB-Tutorium Aufgabenblatt Nummer 9. Letzte Woche war es ja leider ein bisschen länger. Dafür haben wir viele Doppelungen oder Ähnlichkeiten, auf die wir aufbauen können. Vielleicht schaffen wir es heute dann ein wenig zügiger aus und zwar mal dann durch. Ich würde sagen, wir steigen dann gleich mal direkt ein mit dem zur Aufgabe 1 gehörigen Speziellen, was es dort gibt. Das heißt, die Aufgabe ist die Erstellung von Funktionstabellen für die Segmente einer 7-Segment-Anzeige. Ah, 7-Segment-Anzeige digitalen, das heißt die Segmente leuchten, um eine Zahl darzustellen. Und hier geht es dann eben auch darum, wenn wir eine 7-Segment-Anzeige haben, eben zu gucken, welche Zahlen werden gerade eben beleuchtet. Und insgesamt haben wir folgende Segmente. Auf dem Aufgabenblatt habt ihr auch jeweils dann die Beschreibung dazu, welches Segment welches ist. Und wenn wir uns eben anschauen, wie eine 7-Segment-Anzeige aussieht, dann wäre es zum Beispiel so, dass bei einer 1 würden nur hier rechts die beiden leuchten. Oder bei einer 2 würde oben leuchten, oben rechts die Mitte, unten links und unten. Und ja, deswegen muss man gucken für ein Segment, was bedeutet das also mit den Zahlen. Es wurde gesagt, die Zahlen werden durchgezählt. Das heißt, wenn wir die Zahl oder wenn wir die Codierung 0,0,0 haben, dann würde das für die 0 stehen. Wenn wir am Ende die 1 hätten, dann würde das für die 1 stehen. Wenn wir 1,0 hätten, würde das für die 2 stehen und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, dass wir dann irgendwann durch sind. Wir sind dann bis zur 9 und dann gibt es ja bei 4 Variablen noch weitere Möglichkeiten. Die nächste nach der 9 wäre die Codierung einer dezimalen 10. Was machen wir an der Stelle damit? 7-Segment-Anzeige stellt die Zahlen von 0 bis 9 dar. Was wäre, wenn wir die Codierung kriegen von 1,0,1,0, was jetzt nicht Teil der ganzen Zahlen ist. Also weil 1,0,0,1, die letzte davor, ist ja die Codierung der 9. Die 0 haben wir ja schon. Was meint ihr, was macht, was passiert oder was bedeutet das für uns? Genau, richtig erkannt, aber immer gut den Aufgabentext genau anzuschauen. Verbleibende Codewörter sind nicht definiert. Wir müssen, ja, wir haben da für uns keine Zahl, die irgendwie dann ist und wir müssen dann eben gucken, was bedeutet das, wenn wir da eine Funktionstabelle für KV-Diagramme aufstellen. Schaut euch an, für welche Segmente ihr das machen sollt, nämlich für D und E. D ist das hier, E ist das hier und da müsst ihr dann jeweils tatsächlich ein KV-Diagramm machen, um dann zu gucken, was bedeutet das für das jeweilige Segment. Also wenn wir beispielsweise, wir könnten mal gucken, was bedeutet das hier für G, wenn wir G nehmen würden, das ist das Ganze hier in der Mitte. Und dann hätten wir hier unsere X3 und X2, X1 und X0. Und ich würde halt mir die Frage stellen, was bedeutet das für meinen Ausgangswert? In dem Fall heißt der Ausgangswert nicht Y, sondern heißt der halt G. Was würde ich dann bei der 0 machen? Ne, die 0 sieht irgendwie quasi außenrum. Welchen Wert würde ich dann eintragen? Genau, da würde ich die 0 eintragen, weil G da nicht leuchten würde. Was würde ich bei der 1 eintragen? Da würde ich eine 1 eintragen, genau. Ne, warte. G würde ich da immer noch eine 0 eintragen. Achtung, das ist ja hier und der hier in der Mitte wäre das, was wir brauchen. Und erst da, wo wir jetzt sind, bei der 2, dann würde ich die 1 eintragen. Das heißt, ihr macht das für Segmente D und E. Und dann habt ihr quasi eine Funktionstabelle mit vier Funktionsvariablen und einem Ausgang. Macht das dann erstmal das KV-Diagramm für das D, dann macht ihr das KV-Diagramm für E. Das ist eigentlich schon alles. Danach schleifen ziehen, minimieren, Terme in entsprechender, minimierter Form angeben. Das haben wir letzte Woche schon gemacht. Das müssen wir hier, glaube ich, nicht wiederholen. Und insofern gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben das Thema Schaltung auch ganz viel auf diesem Aufgabenblatt. Dazu vielleicht einmal erstmal ein bisschen Basics. Was bedeutet das eigentlich für Schaltgatter? Was haben wir da? Vielleicht erinnert ihr euch an einige. Wir können zwei Eingänge haben. Wir können so etwas Rundes haben, was wie ein D aussieht. Welches Schaltgatter steckt dahinter? Ja, fast. Genau, wir müssen einmal sehr genau immer gucken. Der Unterschied zwischen einem negierten Schaltgatter und dem normalen Schaltgatter liegt daran, ob wir hier den Ausgang negiert haben oder nicht. In dem Fall sind die Eingänge nicht negiert, der Ausgang nicht negiert. Das heißt, wir haben hier ein ganz normales AND vorliegen. Aber es stimmt schon, es könnte auch sein, wenn wir den Ausgang negiert haben, das heißt, hier so ein runder Kringel dran wäre, dann hätten wir das AND vorliegen. Jetzt wisst ihr auch, warum bei handschriftlichen Schaltungszeichnungen es wichtig ist, möglichst sauber das zu machen, dass man das erkennt. Okay. Wenn wir AND haben, dann haben wir hier vielleicht auch andere hübsche Dinge. Eingänge, was war diese Pfeilspitze? Jetzt auch mal in der nicht negierten Form. Zwei Eingänge, ein Ausgang. Genau, das war das Ohr. Nicht wirklich gut von mir gezeichnet, aber ihr könnt das ja ungefähr erkennen. Auch das können wir natürlich negiert haben. Dann wären wir beim Noor. So, jetzt kann es sein, dass wir das Ohr in einer besonderen Form vorliegen haben. Und zwar kann es sein, dass hier noch so ein, quasi die linke Seite nochmal so mit einem Strich gedoppelt wird. Und dann geht die Leitungen bis zu dem Beginn hin. Wisst ihr zufällig schon, welches Schaltgatter dahinter steht? Oder irgendeine Idee, welches dahinter stehen könnte? Nein, auch gut. Da hatten wir ja auch, also wir hatten es im Tutorium noch nicht. Das ist für das X-Or, also das Exklusiv-Oder. Hätten wir jetzt hier eine Negation dran, dann wäre es das X-Nor. Also X-Nor, Exklusiv-Not-Oder. Und genau, was wir auch manchmal haben, wenn wir nicht an einem Schaltgatter eine Negation machen, sondern quasi auf dem Weg zu anderen Schaltgattern das Ganze negieren, dann können wir direkt das Symbol für das Not haben. Das ist ein Dreieck mit einem Kringel dran. Zur Erinnerung, denkt daran, dass es wichtig ist, wie es aussieht, wenn sich Schaltungen überkreuzen. Ob wir da irgendwelche Verbindungen haben oder nicht. Der linke Fall wäre nicht verbundene Überkreuzung. Der rechte Fall mit einem ausgemalten Kringel auf der Kreuzung würde bedeuten, dass das eine Verbindung zwischen dem Ganzen ist. Da muss natürlich dann auch entsprechend eindeutig sein, von wo Daten kommen und nach wo Daten dann weitergehen. Okay, wenn wir das Ganze wissen, dann können wir anfangen, uns zu überlegen, wie sieht das aus, wenn ich eine Schaltung analysieren soll. Ich muss gerade einmal gucken. Für die Hausaufgabe haben wir... Genau, im Endeffekt damit alles abgedeckt. Wie gesagt, denkt daran, das, was wir... Durch den Kringel wird dann entsprechend das Ganze nochmal negiert. Ja, in der Hausaufgabe könnt ihr die Schaltung in Hades eingeben und dann entsprechend das Ganze damit simulieren. Das macht es natürlich theoretisch erstmal einfacher. Wenn ihr eine Aufgabe habt, wie beispielsweise diese hier, es gibt eine Schaltung und die soll analysiert werden und das passiert zum Beispiel in der Klausur, dass ihr so eine Schaltung kriegt, da habt ihr natürlich kein Hades vorliegen. Deswegen würde ich einmal mit euch gucken, wie das quasi zu Fuß geht. Ja, was wir machen können, ist, dass wir stückweise durchgehen können durch so eine Schaltung. Das heißt, wir würden eine Funktionstabelle für uns aufstellen. Wir haben unsere Eingangsvariablen. Und dann kennt ihr das schon, dann gibt es die entsprechenden Belegungen, wie die Eingangsvariablen sein können. Einmal binär hochgezählt. Bis, bis wir am Ende irgendwo bei, guck gerade mal, ich würde nochmal hier die 1001 nehmen, so dazwischen. Bis eben zu 1, 1, 1, 1. Genau, wenn ich sage, wir müssen dann quasi stückweise durchgehen, müssen wir eben gucken, von links nach rechts im Schaltdiagramm oder zumindest grob von links nach rechts, was sind jeweils Schaltglatter, über die wir Aussagen treffen können. Welche Schaltglatter ist wohl eins, wo wir sehr schnell Aussagen treffen können? Wir haben vier Stück zur Auswahl und wo können wir relativ schnell was drüber sagen und was da für ein Wert rauskommt, wenn das Ganze, wenn ein Signal durchgeht. Also wichtig wäre zu gucken, wenn wir beispielsweise die Eingangsbelegung 0, 0, 0, 0 haben, über welche Schaltglatter können wir, ohne dass wir was anderes erstmal ausrechnen müssen, direkt dann eine Aussage treffen. Mal mal irgendwie Buchstaben dahin, dann könnt ihr sonst irgendwie das damit dann sagen. einfach mal von oben nach unten, das wäre A, das wäre B, das wäre C, das wäre D. Können wir über das Schaltglatter C direkt eine einfache Aussage treffen? Fällt es uns einfach, wenn wir jetzt direkt auf C gucken, darüber was zu sagen? Ich weiß, die Variablenbelegung, mit der das Ganze startet, ist 0, 0, 0, 0. Ne, da können wir nicht wirklich was so einfach sagen, weil wir sehen, wir haben hier noch das Schaltglatter A davor, was da reingeht, und wir haben hier unten Schaltglatter D davor, was reingeht. Das heißt, irgendwie müssen wir ja vorher von denen, die Informationen verarbeitet haben und müssen erstmal wissen, wie da das Ganze aussieht, bevor wir uns um C kümmern müssen. Und insofern, jetzt haben wir noch drei Schaltglatter über, C ist schon mal ausgeschlossen. Bei welchem Schaltglatter können wir nur mit Hilfe der eingangsvariablen Belegung eine Aussage darüber treffen, wie der Ausgang aussieht aus dem Schaltglatter. B, genau. B können wir nehmen. Das ist hier. Das war das Not, wenn wir uns da eben erinnern. Und das ist bei x1. Das heißt, wir haben hier Anliegen den Wert nicht x1. Das heißt, wir brauchen hier nur gucken, bei x1, wie sind die Werte, tragen die einmal invertiert ein und können jetzt tatsächlich über einen Schaltglatter was aussagen, was da als Ausgang rauskommt. Welches Schaltglatter könnten wir danach nehmen? Okay, A, ja, A würde gehen. A hat hier oben den Wert von x0, dann kommt hier bei x1 nach der Invertierung, also das nicht x1 und von x2. Aber wir müssen mal gucken, das ist ein and mit drei Eingängen. Das heißt, es ist der Wert x0 und nicht x1 und x2 ist das, was dahinter steckt. So, müssen wir einmal gucken. x0 ist hier am Anfang im Wert 0, 0 und 1 und 0. Ja, wir wissen, beim and muss alles 1 sein, damit am Ende das Endergebnis auch 1 ist. Da reicht es nicht, wenn bei einem a oder a und b, wenn wenn dann a 1 ist, aber b nicht und das gleiche gilt auch für ein Endergebnis mit drei Eingängen. Da müssen dann alle drei Eingänge 1 sein. Das heißt, hier brauchen wir gar nicht x2 ist 0, dann ist es immer noch 0. Im zweiten ist x2 immer noch 0. Wissen wir schon, dann kann das gar nicht wahr werden. Hier unten ist x2 immer noch 0. So, da fehlen natürlich ein paar Werte, die wir gesprungen haben. Und rein prinzipiell hätten wir dann hier erst bei dem 1, 1, 1, 1 den Fall, dass, nee, gar nicht wahr, in dem Fall ist ja nicht x1 0. Das heißt, hier hätten wir sogar auch immer noch 0. Okay, wir haben b, wir haben a, worum wollen wir uns jetzt kümmern? Genau, nehmen wir d, weil c können wir noch nicht, für c fehlt uns noch die Info von d. d hätten wir tatsächlich auch schon relativ am Anfang machen können, aber das macht ja nichts, denn hierfür brauchen wir nur x0 und x3. haben wir hier erstmal, da ist 0, da ist 0 und bei 1, 0, 0, 1 ist der x3, 1, x0 ist 1, da würde dann die 1 kommen oder auch wenn alles 1 ist, würde auch die 1 kommen. Gut, jetzt bleibt natürlich am Ende nur noch das c über, das letzte Schaltgatter, bevor wir in den Ausgang y kommen. Das heißt, wir können dann auch sagen, das ist jetzt unser y. Für y müssen wir a gucken, was ist also in der Spalte hier und d, was ist in der Spalte hier. Und das c war, welches Schaltsymbol, wie hieß das hier? Welche Schaltgatter haben wir vorliegen? Das war ein Ohr, richtig. Das heißt, entweder muss bei a oder bei d oder meinetwegen auch bei beidem eine 1 sein. Dann gibt es den Ausgang 1. Haben wir hier oben nicht. Das ist 0. Das zweite Zeile ist auch noch 0. Und hier ist d1, das heißt, da haben wir den Ausgang 1 und hier haben wir den Ausgang 1. Genau. Und auf die Art und Weise würdet ihr dann auch in einer Klausur zum Beispiel ganz ohne Hades das Ganze ausrechnen können. Für die Hausaufgabe dürft ihr eben Hades nehmen als Unterstützung. Ihr müsst dann entsprechend die Funktionstabelle aufschreiben mit den Eingangswerten und für welche Eingangsbelegung welches y rauskommt. Das ist das, was dann trotzdem eben ja festgehalten werden muss. Und daraus das Ganze in ein KV-Diagramm übertragen, denn in Aufgaben Teil B soll wieder minimiert werden. Das heißt, da haben wir wieder Schleifen. Und dann können wir uns in C ansehen. Da gibt es dann einen Aufgabentyp, den jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Es kann sein, dass wir eine in irgendeiner Form minimierte Form dastehen haben und daraus dann entsprechend die Schaltung uns entwickeln sollen. Ja, was brauchen wir für eine Schaltung? Welche Bestandteile hat die? Was kommt da rein? Ich mache jetzt ja dann nicht nur Leitung in der Schaltung, sondern was gehört da eigentlich alles rein? Ja, okay, genau. Wir können uns angucken erstmal, was ist eigentlich in dieser minimierten Form? Wir sehen, wir haben hier oder zwei Stück auf der obersten Ebene. Das sollten wir uns merken. Das heißt, die müssen parallel reingehen in einen oder Schaltgatter. Und wir haben and hier vorliegen. Das ist das, was wir hier auch brauchen. Was brauchen wir noch an Schaltgatter? Das sieht man hier auch in dem Ganzen. Ist aber nicht ganz so auffällig wie das or und and. Genau, das not. Haben wir hier die Negation über dem x1. Und damit wissen wir, welche Schaltgatter wir an sich brauchen. An sich. Müssen wir dann natürlich auch noch gucken mit unseren Schaltsymbolen, die wir haben. Also ich würde meine Eingangsvariable nehmen. Die sind jeweils mit diesen komischen Flaggen mit dem Kreis drin. Das ist ja das, wie es in Hades dann angezeigt wird. Und dann je nachdem halt von der Farbe her unterschiedlich der Kreis, je nachdem, ob da gerade Signal dann reingeht oder nicht, wenn man das tatsächlich damit simuliert. ich habe x0, x1, x2 und x3. Und x3. Und x3. Und was ich auf jeden Fall ja auch immer weiß, ist, dass ich meinen Ausgang habe. Irgendwo ganz am Ende auch wieder mit so einer Flagge das Ganze. Der Ausgang heißt in dem Fall hier f. Das hängt ja davon ab, wie unser Ausgangssignal benannt ist. Ja, da kommt irgendwie was rein. Hier geht irgendwie was raus. Und dann können wir eben gucken, was brauchen wir in der ganzen Schaltung. Wir haben auf oberster Ebene, das war eben schon richtig gesagt, haben wir das oder. Das ist das, woraus das Ergebnis dann in den Ausgang f geht. Und nächstes Mal nehme ich ein End hier oder irgendwas. Ich mag immer nicht das Oder zu malen. Okay. Nee. Da hat es dann doch Vorteile, wenn man das mit Hades macht oder per Hand. Da kann man das ein bisschen hübscher machen, als wenn man das mit der Maus macht. Gut, das ist das Oder. Und da müssen wir jetzt eben gucken, was kommt da rein. X0 kommt direkt rein. Das heißt, das können wir direkt durchziehen. Denkt dran, dass Leitungsbilder oder Schaltbilder nicht irgendwie diagonal quer gezogen werden, sondern dann nach Bedarf mit Ecken gesetzt, das Signal dann gesetzt wird. So, X2 geht da auch rein. Können wir auch soweit durchziehen. Und bei X1 und X3 müssen wir gucken, das ist irgendwie ja noch in dem End, was wir haben. Aber wir sehen ja auch, X1 muss nochmal negiert sein. Das heißt, als erstes negieren wir X1, malen den Inverter hin. Das Signal kann dann in das End rein. X3 dann als zweites Signal in das End. Hier sehen wir wieder das, was ich vorhin ansprach, dass wir eben gucken, wenn wir Leitungen haben, die sich überschneiden, dass das eine saubere Schnittführung ist, dass klar ist, dass hier keine Verbindung herrscht. Das Ergebnis des Ganzen kann dann in das große oder am Ende rein. Und das wäre auch schon, wie wir dann eine Schaltung eine Schaltung aufbauen. Genau. Für die Hausaufgabe, dann könnt ihr das auch mit Hades machen, wenn es in der Klausur eine Aufgabe gibt, was wie gesagt häufig auch, was hier auch nicht unwahrscheinlich ist vom Aufgabentyp, dann eben per Hand das Ganze einmal entsprechend ähnlich malen. Gut, dann kurzer Blick auf die Hausaufgabe 9.3, nur einmal, dass das Verständnis an der Stelle dann klar ist, weil der Grundaufgabenstellung ist auch wieder nichts Neues, wir haben alle Aufgabenteiltypen schon mal gemacht. Es gibt vier Eingangsvariable mit Motoren, die haben eine Leistungsaufnahme und der Ausgangswert y soll immer genau dann den Wert 1 annehmen, wenn dem Stromnetz durch die eingeschalteten Motoren eine Leistung größer 9 kW entnommen wird. Das heißt, wenn ihr da eine Funktionstabelle machen sollt, da gilt dann wieder das Gleiche. Wir haben die Eingangsvariablen x3, x2, x1, x0 Es wird binär hochgezählt und für y ist es dann jetzt wichtig, dass ihr eben gucken müsst, überall da, wo ihr eine 1 habt, da ist ein Motor dann ja gerade aktiv. Das ist das, was man sich dahinter vorstellen soll. Und wenn die Leistungsaufnahme der aktiven Motoren in der jeweiligen Zeile 9kw überschreitet, dann wird der Ausgang y auf 1 gesetzt. Das ist das, was da am Ende eigentlich daraus rauskommt. Damit würdet ihr die Funktionstabelle machen, macht ein KV-Diagramm, macht eine Minimierung und dann kommen wir zum Aufgabenteil C. Hier heißt es dann zeichnen sie ein ROBDD der Schaltung. Ihr erinnert euch, dass wir BDD und ROBDD so ein bisschen letztes Mal hatten, also das Binary Decision Diagram und das Reduced Ordered Binary Decision Diagram. Um ein ROBDD zu machen, müsst ihr als erstes, das ist zumindest sinnvoll, als erstes einen vollständigen Entscheidungsbaum aufzustellen. Wenn ich jetzt nur drei Eingangsvariablen hätte, ich habe immer das Beispiel aus den Vorlesungsfolien rausgeholt, für drei Eingangsvariablen A, B, C, wäre der vollständige Entscheidungsbaum, ich kann von A, dem Höchstangeordneten in der Reihenfolge mit 0 oder 1 weitergehen, zu der nächsten Variable, das wäre dann B, muss dann wieder beide Entscheidungen berücksichtigen, zur dritten Variable C und würde danach dann die Blätter haben, wo ich dann für jeden Entscheidungsfall einmal gucken muss, 0, 0, 0, ausgangswert 1 hier, 0, 0, 1, ausgangswert 0 und dann so weiter die Blätter erfüllen. Für die Hausaufgabe habt ihr vier Variablen und wichtig ist, die Reihenfolge ist euch gegeben, da steht die Variablen x0, x1, x2, x3, welche Variable wäre dann der Wurzelknoten, wo hier das A ist, was meint ihr, welche Variable gehört dann ganz hier oben rein? Das heißt, die Reihenfolge der Variablen soll x0, x1, x2, x3 sein. Genau. Weil jetzt natürlich, kann man mal überlegen, wie rum soll es so sein, aber x0 ist es dann, das ist richtig, also wenn die Reihenfolge der Variablen genannt ist, dann ist die, die als erstes genannt wird, unser Wurzelknoten und dann darunter dann die folgenden, also wenn wir x0, x1, x2 und ihr müsst dann halt nochmal mit x3 nochmal Entscheidungsfälle machen. Damit hättet ihr den vollständigen Entscheidungsbaum und würdet dann, wie wir letzte Woche ein bisschen schon besprochen und gemacht haben, daraus den Reduced Ordered Binary Decision Diagram weiterentwickeln, indem ihr eben Sachen rauskürzt. Wir nutzen dann nämlich die Zeit heute, um uns mit dem Thema Zeitverhalten von Schaltungen zu beschäftigen. Das hatten wir noch nicht als Aufgabentyp, ähnlich wie so auch Schaltungen, auf dem wir jetzt aber wissen, wie Schaltungen an sich funktionieren oder zumindest besser wissen, wie Schaltungen funktionieren. Können wir uns hoffentlich auch mit dem Zeitverhalten von Schaltungen beschäftigen. Und zwar nehmen wir dafür hier mal schauen, das müsste, glaube ich, die Folie sein. Genau. Genau, wir haben eine Schaltung und da ist uns dann gegeben, was bedeutet das, was gibt es da an entsprechenden Schaltgattern. Sie ist ein bisschen ähnlich zu der Hausaufgabe, aber ist auch nicht ganz die Hausaufgabe und wir haben auch andere Eingangswerte. Insofern müsst ihr da ein bisschen noch nachdenken. Das erste, was uns gegeben ist, ist, dass wir unsere Eingangswerte A und B haben. die fangen in dem Fall hier auf dem Eingangswert 1 an, gehen dann runter zu 0. B fängt auch mit 1 an und geht auch runter zu 0. Und dann hatten wir ja eben das schon gemacht, wenn wir also, wo war das gerade, ein Zurück, hier, wo wir Schaltung analysiert haben, wo wir gesagt haben, wir gehen durch die Schaltgatter von links nach rechts durch, dann ist es beim Zeitverhalten von Schaltung ähnlich, dass wir dann auch von links nach rechts durchgehen und das von oben nach unten aufschreiben. Wir sehen hier als erstes haben wir unsere Negation, die müssen wir auch als erstes betrachten, weil die jeweils überkreuz, also, weil der nicht negierte Wert aus den Eingangsvariablen jeweils überkreuzt mit einem negierten Wert ist. Das heißt, wir müssen uns als erstes damit beschäftigen, was bedeutet das hier für die Negation. Danach haben wir haben wir Nance und da können wir dann auch gucken, welche wir haben. Wir haben einmal A und nicht B. Das ist das untere. Das ganze Ergebnis wird negiert. Das ist der große Negationsstrich darüber. Und bei dem oberen Nance haben wir nicht A und B das Ganze negiert. Das ist das, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir die beiden Ausgänge haben. Dann kommen wir hinten noch mal Nance. Das wäre das, was hier unten mit X bezeichnet ist. Und wenn das alles da ist, dann haben wir das unten noch hier und der Ausgang daraus ergibt uns das Y Warum hier oben X? Warum habe ich hier nicht noch extra da Nance aufgeschrieben? Naja, das Ergebnis hier geht direkt ins X und insofern können wir das auch eben damit so bezeichnen. Okay, wir wissen also, in welcher Reihenfolge wir uns um die einzelnen Gatter kümmern müssen. Was wir noch beachten müssen für das Zeitverhalten von Schaltung ist, dass wenn ein Gatter eine Änderung reinbekommt, die Änderung erst mit einem Takt Verzögerung aktiv ist. Das ist das, wovon wir hier ausgehen sollen. Das ist auch im Aufgabentext stehen. Genau, zur Vereinfachung nehmen wir an, dass alle Gatter beim Umschalten die gleiche Verzögerung von jeweils einer Zeiteinheit aufweisen. Das heißt, wenn ich irgendwie das Eingangssignal von 0 auf 1 ändere, zum Beispiel hier am Inverter, dann würde mit einem Takt Verspätung das erst von 1 auf 0 wechseln. Und damit fehlt uns noch eine Besonderheit. Wir haben vorhin wohl irgendwie so ein bisschen durchgemalt. Ihr seht hier schon so ein paar pinke Markierungen. Zufällig eine Ahnung, was das heißen kann. Das sehen wir auch im Hausaufgabenblatt. Also was bedeutet das, wenn wir hier so einen Takt haben, wo so eine pinke Markierung drin ist? Irgendeine Idee. Vielleicht mal überlegen, was kann das bedeuten für den Takt vor dem Takt, den wir uns jetzt hier gerade angucken, wenn da alles mögliche eine pinke Markierung hat. Pink. Ist nicht pink, es ist türkis. Bitte um Entschuldigung. Naja, was ist das Problem, wenn wir hier an Takt 0, wo wir hier sind, zu Takt 1, hier im ersten, Takt 1 haben wir hier gegeben, dass a gleich den Wert 1 hat. Das Signal auf a ist der Wert 1. Was bedeutet das denn hier für davor? Welchen Wert hat a vor dem ersten Takt? Takt? Unbekannt. Genau. Das ist das, was damit ausgedrückt wird, dass wir einfach nicht wissen, was für ein Signal anliegt. Das kann 0 sein, das kann auch 1 sein. Und da wir natürlich das bei den anderen Schallgattern vorher auch nicht wissen, es fängt also alles eigentlich mit Unbekannt an. Und erst im ersten Takt hier kriegen wir die Info, was mit a und was mit b ist. Gut, wenn wir uns jetzt unseren Nicht a angucken, was bedeutet das denn, wenn ich mir jetzt den ersten Takt angucke? Ich weiß nicht, was vorher für einen Wert anlag. Was für einen Wert hat Nicht a, den ich gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Sonst einfach mal raten, welcher das wohl ist. Genau, es ist unbekannt, denn wir wissen hier wir wissen aus dem Takt davor Nicht welchen Takt welchen Wert das Signal auf a hatte. Wie sieht das im zweiten Takt von dem Nicht a aus? Welchen Wert haben wir hier vorliegen? Vorsicht a fängt mit 1 an. Genau, wir haben a den Wert 1 und beim Inverter kommt dann der Wert 0 raus. Noch mal sicherheitshalber zur Wiederholung oder zur Verdeutlichung das heißt die Takt Info oder die Signal Info die wir an dieser Stelle kriegen die tritt dann mit einem Takt Verzögerung auf sodass wir an der Stelle wissen dass a auf den Wert nicht a kommt danach ist es erstmal wieder ein bisschen einfacher wir haben insgesamt drei Takte wo a auf 1 ist das heißt wir haben nacheinander drei Takte wo a auf 0 ist und danach wechselt es von 1 zu 0 das heißt dann ändern wir das Ganze einmal gehen hier nach oben und haben damit auch hier wieder an der Stelle wo es die Veränderung gibt den einen Takt Verzögerung ja für b kommt jetzt das gleiche das gleiche Eingangssignal das heißt es relativ simpel mache das gleiche nochmal was ich eben hatte erst unbekannt dann auf 0 drei Takte und dann nach oben auf 1 dass wir hier damit das Ergebnis abschneiden von dem letzten Takt weil wir nur bis hier insgesamt gehen das ist dann halt so wenn das Ganze weiter gehen würde müssten wir natürlich dann entsprechend das weiter berücksichtigen so jetzt haben wir die Inverter schon abgehakt den haben wir den haben wir das ist schon mal gut kommen wir zu den nähns was hatten wir gesagt das erste a nähnt b das ist das untere das heißt wir haben a und nicht b negiert müssen also gucken was haben wir hier in der ersten zeile anliegen was haben wir bei dem nicht b anliegen das ganze verunden und am ende nochmal eine negation drüber welches ergebnis haben wir hier für das für das nähen vorliegen was ist hier im ersten tag beim nähen genau ist unbekannt in dem fall sind beide eingangs werte unbekannt das macht es relativ einfach weil wenn beide eingangs werte unbekannt sind dann gibt es gar keine andere möglichkeit wir müssen ein bisschen gucken ich kann ja verschiedene situationen haben also ich kann ein 0 oder x haben wobei x den Wert 0 oder 1 dann haben kann was wir ja nicht wissen was es ist und ich kann 1 oder x haben 0 oder x oder wird 1 wenn eine der beiden Variablen den Wert 1 hat heißt das hier wird zwar nie 1 aber bei dem x wissen wir es nicht also x jetzt als Stelle von unbekannt das heißt 0 oder x gibt uns immer wieder x oder unbekannt weil wir eben die Abhängigkeit von dem x haben was als Wert raus kommt wenn wir 1 oder x haben ist eine der beiden Variablen unbekannt eine der beiden oder Seiten unbekannt aber bei der anderen haben wir schon die 1 vorliegen das heißt es ist uns vollkommen egal was bei dem x raus kommt und und wissen dass auf jeden fall der wert 1 sein wird das ganze können wir auch mit uns haben 0 und x oder 0 und unbekannt kann aufgrund der 0 links nie wahr sein wird immer den Wert 0 haben 1 und x kann wahr oder falsch am Ende sein denn es hängt von dem x ab wenn es x 0 ist dann ist 1 und 0 wäre 0 1 und 1 wäre 1 das heißt hier wäre wieder unbekannt weil abhängig von dem x und natürlich unbekannt oder unbekannt ja da wissen wir gar nichts drüber das ist natürlich unbekannt und unbekannt und unbekannt ist erst recht auch unbekannt da können wir auch keine Aussage drüber treffen gut dazu der kleine Exkurs jetzt sind wir wieder zurück zu unserem NAND wir haben den zweiten Takt wir gucken uns an A hatte im Takt davor den Wert 1 und nicht B hatte im Takt davor den Wert unbekannt welcher Wert welchen Wert muss ich hier jetzt eintragen bei dem NAND genau das ist immer nur unbekannt weil ich habe 1 und unbekannt oder hier 1 und unbekannt 1 und unbekannt ergibt unbekannt unbekannt negiert ist natürlich immer noch unbekannt das Ganze das heißt hier haben wir auch noch so einen zweiten Takt unbekannt da ist unser A weiterhin mit dem Wert 1 und unser nicht B ist jetzt auf dem Wert 0 gelandet genau genau richtig da kommen wir auf den Wert 1 wir haben 1 und 0 ergibt 0 das Ganze negiert ergibt uns eine 1 und jetzt behalte ich das ein paar Signale ich habe insgesamt hier als nächstes noch einmal 1 und 0 da bleibt es das gleiche und dann habe ich im dritten Takt auch in welchen bin ich jetzt gerade in den vierten muss ich jetzt schon gehen in den vierten habe ich 0 und 0 negiert also ergibt ja immer noch 0 negiert ergibt 1 irgendwo glaube ich so ein bisschen verrutscht mal gucken ja genau passt und wenn es jetzt weitergehen würde nach rechts dann würde ich halt schauen da würde jetzt das A dann ausschlaggebend sein das dann sich ja auch geändert hatte beziehungsweise also das 0 hatte sich geändert A zu 0 jetzt würde sich nicht B ändern aber weil A vorher sich geändert hatte haben wir wieder 0 und 1 ergibt 0 0 negiert ergibt 1 also würde ich hier tatsächlich dann auf 1 weiterlaufen wir wissen schon wir haben für B und nicht A haben wir die gleichen Werte anliegen das heißt für das zweite Nähen kann ich das einfach übernehmen erstmal zweimal unbekannt und danach der Wert auf 1 so wir sind beim x angekommen das x wir schauen welche beiden Eingänge hat das aha das eine Nähen und das andere Nähen die beiden hatten wir für sich abgearbeitet für uns jetzt relativ einfach weil wir gleiche Werte haben in der Hausaufgabe habt ihr das vielleicht nicht unbedingt da ist es etwas bunter gemischt hier müssen wir uns das aber mit den gleichen Werten angucken und ja wir werden am Anfang sicherlich wieder das Problem haben dass wir mit unbekannten Werten starten müssen weil eben uns noch nicht genug Informationen vorliegen und insofern die Frage ab welchem Takt kann ich eine Aussage treffen ob eine 1 oder eine 0 vorliegt für das NAND hier ab welchem Takt muss ich nicht mehr unbekannt malen genau dreimal unbekannt also im ersten weiß ich nichts weil vor dem ersten Takt ist mir eh nichts bekannt im zweiten zweiten weiß ich nichts weil ja bei den beiden im ersten jeweils nichts bekannt war und im dritten weiß ich immer noch nichts weil bei denen im zweiten nichts bekannt war bei den NANDs das ist auch jetzt hier für unser Tutorium etwas einfach aber wir wollen es ja auch nicht ewig lange machen zu Hause müsst ihr da eventuell ein bisschen genauer gucken wann ihr was habt und dann ab dem vierten haben wir im vorigen dritten bei den Eingangssignalen Signale anliegen mit dem Wert 1 jeweils was kommt dann raus für unser NAND da kommt eine 0 raus genau 1 und 1 ergibt 1 negiert ergibt 0 und da der Wert hier konstant bleibt gilt das auch bis zu dem Ende wo wir betrachten jetzt sind wir beim Y welche beiden Zeilen hier aus meiner Grafik brauche ich jetzt für das Y hinter welchen Zeilen verbirgen sich die beiden Eingänge meines Y also X das ist schon mal richtig aber Achtung bei dem anderen X ist das hier der obere Eingang der untere Eingang ist welche Zeile brauche ich hier damit ich dann direkt den Wert habe mit dem ich dann vergleiche nicht hier oben das ist ja hier der wird ja nochmal geändert genau benegiert das ist ja das letzte wo was geändert wurde am Schaltgatter das haben wir das heißt hier das brauche ich das ist meine vierte Zeile also ich gehe wenn ich hier wirklich schrittweise auch durchgehe ich gucke mir immer nur das an was brauche ich halt als als letztes was von den Sachen dann brauche ich mich gar nicht damit beschäftigen was wir mit B eigentlich am Anfang sondern ich gucke nur welchen welchen Verlauf hat B negiert und welchen Verlauf hat und ich sehe natürlich wieder ich habe erstmal die Unbekannten sowieso im ersten Takt weil halt davor unbekannt war und im zweiten Takt weil immer noch hier im ersten unbekannt war und im dritten wird es dann etwas spannender also x ist immer noch unbekannt und für B negiert weiß ich dass der Wert 0 ist was muss ich dann jetzt hier für y eintragen 0 richtig genau denn es ist in dem Fall da müssen wir gucken hier ist keine Negation am Ausgang das heißt es ist ein reines und damit habe ich Unbekannt und 0 das kann gar nicht mehr wahr sein deswegen sind wir auf dem Wert 0 und wenn ich weiter gucke dann ist B 0 im Folgetakt habe ich wieder hier 0 und Unbekannt bleibt bei 0 jetzt habe ich einen Wert für x gehabt im Folgetakt sag ich schon im Vortakt x war 0 b war 0 naja dann bleibt es halt immer noch bei dem 0 für den Ausgang und damit habe ich dann meine ganzen einmal durch und bin damit mit dem Schaltdiagramm einmal durchgegangen es gibt für euch zwei verschiedene Impulsdiagramme mit unterschiedlichen Verläufen und was ihr dann bei Aufgaben Teil C auch machen sollt da ist euch quasi gegeben dass vor dem ersten Takt schon Werte bekannt sind also wenn ich jetzt sagen würde a hatte im Takt vorher den Wert 1 b hatte im Takt vorher den Wert 1 vor meinem ersten Takt dann würde das natürlich Auswirkungen haben auf alles andere hier weil ich dann bereits hier im ersten Takt eine andere Aussage über die Negation treffen kann und damit würde sich potenziell mein Ergebnis am y ändern vielleicht auch nicht kann auch sein dass es zufällig sich nicht ändert aber grundsätzlich müsste ich damit erstmal rechnen ein paar Spezifika müssen wir noch beachten es kann sein dass ihr auch mal bei sowas wenn man sich Zeitverhalten anschaut etwas habt das ihr mit undefiniert startet und dann vielleicht tatsächlich einen Wert habt sei es beispielsweise 0 dann aber auch sein kann dass aufgrund dessen wie die Schaltung sich vielleicht ganz oben geändert hat oder sich Sachen in der Schaltung ergeben nochmal ihr auch zwischendurch wieder zu einem undefinierten Wert kommen könntet bevor es dann mit irgendwelchen anderen Werten vielleicht weitergeht also das wäre so ein Schaltungsverlauf der auch sein kann kann also auch sein darauf müsstet ihr achten wenn ihr Zeitverhalten von Schaltung euch anguckt worauf ihr hier aber ganz besonders auch nochmal schauen sollt ist das Thema Hazards und da geht es darum wie an dem Ausgang an dem Ausgang Y oder wenn wir mehrere Ausgänge haben wir haben hier X und Y also wie an Ausgängen X und Y sich unser Signal verändert jetzt einmal kurz die Folie wechseln was kann denn passieren wenn wir uns einen Ausgang angucken also wir haben ja erstmal hier Ausgang 1 und 0 das sind die beiden möglichen Werte die wir haben können wir können haben einen konstant okay das war jetzt natürlich falsch gemalt einen konstant 1 Ausgang das kann sein das können wir haben wir können haben einen konstant 0 Ausgang das ist meistens wenn halt einfach sich nichts irgendwie ändert in der Schaltung die Schaltung so weiter läuft wie sie halt die letzten 20 Takte auch war wir keine neuen Eingabewerte haben dann ist es meistens einfach ein sehr konstanter Ausgang es kann aber auch sein weil sich eines oder beide der Eingangswerte ändern dass wir vielleicht mit 0 anfangen und auf 1 gehen oder wir fangen mit dem Wert 1 an und gehen auf 0 soweit erstmal so normal und so üblich jetzt kann es aber passieren dass wir dass wir das hier oben erwarten am Ausgang dass unser Ausgang auf 1 konstant bleibt macht aber folgendes startet auf 1 geht für einen Takt auf 0 um dann konstant auf 1 zu gehen das gleiche gibt es auch für den wo wir eigentlich die 0 erwarten da kann es auch sein dass für einen Takt zwischendurch auf 1 geht bevor er dann wirklich bei 0 ist eine Idee vielleicht wie man diesen Hazard weil das ist das was ja eben nicht erwartet und nicht gewünscht ist wir erwarten und wünschen uns den konstanten Wert auf 1 wir wechseln aber hier kurz zur 0 eine Idee wie dieser Hazard Typ heißen könnte noch keine Idee weiß noch nicht wie weit das in der Vorlesung schon dran war kann sein dass wir da wieder einen Tick zu früh sind also ich sagte ja schon wir erwarten eigentlich einen konstanten Ausgang und wechseln da nur ganz kurz einmal von weg hier oben erwarten wir die 1 aber wir wechseln kurz davon weg also wir warten konstant das heißt wir nennen das ganze statisch das ist ein statischer 1 Hazard also statisch weil es halt eigentlich ein statischer oder konstanter Wert ist den wir erwarten und 1 Hazard weil es der Wert 1 ist den wir erwarten am Ausgang stattdessen aber kurz eben einmal den Wert 0 kriegen kann man sich wahrscheinlich schon denken was ist eigentlich hier bei dem anderen das ist auch statisch ich erwarte am Ausgang den Wert 0 kriege ihn aber nicht deswegen ist es nicht statisch 0 sondern ein statischer 0 Hazard wie sieht das jetzt bei den unteren Beispielen aus ich kann es haben dass ich dass ich eigentlich von 0 auf 1 umschalten will das heißt ich würde erwarten dass ich ganz nett 0 auf 1 und alles ist glücklich kann uns aber passieren dass ich nur einen Takt auf 1 gehe dann nochmal einen Takt wieder auf 0 runter um dann nach einem Takt auf 1 zu gehen und dann endlich auf 1 zu bleiben ja das heißt eigentlich würde ich erwarten ich wechsle von 0 auf 1 und alles ist gut aber weil vielleicht hier noch irgendwie sich sich kurzfristig was ändert man sagt doch die Schaltung schwingt das kann dann passieren dass ich kurzfristig nochmal wieder auf den alten wert gehe bevor ich auf den gewünschten ziel wert komme und hier unten das gleiche ich erwarte eigentlich von 1 auf 0 zu schalten nach einem Takt geht geht es noch auf 1 für einen Takt um dann erst auf 0 zu schalten auch das hat einen Namen hier vielleicht eine Idee wie könnte der erste heißen oben war statisch Platz dynamisch abkürzen. Dynamisch und es ist ein dynamischer 1 Hazard, richtig. Also auch hier hängt es davon ab, was erwarte ich am Ausgang am Ende eigentlich selber. Ich erwarte hier, ich bin zwar mit 0 gestartet, aber ich erwarte, dass da konstant, also dass ich auf 1 umschalte und deswegen ist es ein dynamischer 1 Hazard. Beim unteren erwarte ich, dass ich auf 0 ende, deswegen ist es ein dynamischer 0 Hazard. Und das ist das, wonach ihr gucken sollt im Aufgabentext, ob ihr eventuell etwas dementsprechend habt, was so vorkommt bei Aufgaben Teil-Zieh. Gut, dann haben wir es glaube ich alles. Genau, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich springe jetzt nochmal ganz kurz zurück. Kann sein, dass wir das vorhin nicht so deutlich gesagt haben. Oder ich es nicht so deutlich drin hatte. Genau, das ist mir nämlich nochmal in den Kopf gekommen. Noch ganz kurz. Wir hatten gesagt, wir haben hier diverse Zahlen, wo wir mit 0 und 1 bei der 7-Segment-Anzeige das eintragen können. Wenn wir hier was haben, eine Zahl, die nicht mit irgendwas vergeben ist, heißt das ja für uns, es ist uns egal, was da eigentlich ist, weil den Wert sollten wir nie haben. Das heißt, an der Stelle dürft ihr diese Don't Care setzen. Das nur nochmal kurz zur Vervollständigung. Das hatte ich irgendwie glaube ich vorhin übersprungen. Gut, damit haben wir eigentlich alles, was vom Aufgabenblatt neu ist, plus halt eben Sachen, die wir aus der letzten Woche schon hatten. Und heute mal dann bisschen kürzer dafür, dass wir letzte Woche länger waren. Ich hoffe, es bringt euch wieder was. Entweder weil ihr jetzt beim Tutorium direkt dabei wart oder weil ihr euch das während der Woche anschaut. Und wünsche euch viel Erfolg bei den Aufgaben. Und genau, wer sich jetzt irgendwie ganz spontan noch alles anschaut heute beziehungsweise morgen den Tag über am Freitag, denkt dran, dass das Winterseminar am Freitagabend ist, eine gute Gelegenheit nochmal Kommilitonen kennenzulernen in der Fachschaft. Nutzt die Gelegenheit. Ja, eine schöne Woche und bis vielleicht nächste Woche oder wann anders.